So, heute wollen wir einen Schritt weitermachen in Richtung, dass wir mit Maschinenintelligenz, Big Data auf Texten arbeiten als Beispiel, Texten und etwas Bilder. Und heute möchte ich Ihnen vorstellen, wir möchten ein bisschen arbeiten mit dem, was diese Markup Languages sind und wie das Internet organisiert ist. Und wir werden damit ein bisschen rumspielen, wie man mit Programmen jetzt zum Beispiel die Texte, die wir in der Bibliothek haben, wie man die formatiert auf Notebooks von Mathematiker bringt und wie man Webseiten damit per Programm erzeugt für diese Bücher. So, ich habe wie immer Ihnen die zusätzlichen Dokumente hier zusammengestellt zum Runterladen. Das sortieren Sie immer in Ihr Directory. Ihr Directory ist hier. Das sind die Files, die Sie mittlerweile haben. Ziehen Sie die Files, die neu sind, da rein, ersetzen Sie die alten Versionen und dann starten Sie mit Start. Irgendwo hier muss Start sein. Und dann rekonfiguriert sich das ganze System. So, wie immer. Gut. Wenn Sie dann die Lecture 03 03, dann sind Sie hier und so wollen wir heute anfangen. Als erstes, ich habe nicht richtig Start gedrückt. Also mache ich das jetzt präzise. So, Lecture 03. So. In der Entwicklung von Computern, in den Phasen, das was wir künstliche Intelligenz nennen, gibt es drei wesentliche Phasen, die man unterscheiden kann. Da gibt es verschiedene Programmiersprachen, das sind verschiedene Paradigmen, wie man programmiert. Das sind verschiedene Arten von Geräten, die man benutzt. Ich glaube, dass das, ich bin relativ sicher, dass das jetzt mit der letzten Phase, mit dem Internet, mit dem, was wir jetzt als Smartphones und so weiter haben, auch tatsächlich einen Abschluss hat. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine vierte grundsätzliche Phase geben kann. So, da kann man auch drüber diskutieren, aber ich erwarte das nicht. So, das waren jetzt quasi Phasen, mit denen man im Computer verstanden hat, worum es geht. Und meine These ist, dass ab 2000 mit dem Internet Computing ein Quantenphänomen faktisch ist. So, die können bei Google und jetzt im Internet keine Ursache Wirkung mehr feststellen. Jede Frage, die sie stellen, verändert den gesamten Google Globus. So wie das bei Quantenphänomenen ist. Vorher war das nicht so. So, und jetzt, das können Sie lesen. Ich habe Ihnen so eine Episode zusammengestellt, die immer hier steht. Im Episode Mathematiker, da können Sie dann, können Sie auf dieses Dokument. So, und das hatte ich, denke ich, schon mal erzählt. Das, was man klassischerweise jetzt naiv als ein Computerprogramm bezeichnet, sind immer diese Formen von Ablaufdiagrammen. Wenn dann, und das sind diese Vorstellungen, dass man sehr präzise erklären kann und bestimmen kann, was und wie funktioniert. Und dass einfach der Computer das automatisiert, wie eine Fabrikanlage, eine Produktionslinie. So, das sind Mainframes. Da gibt es, das ist eine symbolische Abstraktion des Kontrollflusses. So wie beim Paketdienst, wo die Pakete sortiert werden oder in der Produktionsanlage, wie Autos hergestellt werden und so weiter. Das wird symbolisch gemacht in Computern. Dann sehen die Arbeitsweisen so aus. Die Interfaces sahen so aus. Das sehen Sie nach wie vor auf SAP, auf den Bankkonten und den Formularen für die Steuererklärung und so weiter. Das sind alles Paradigmen der Mainframes. Da sieht das immer so aus. Es ist jetzt wichtig zu sehen, dass es da ein paar zigtausend, hunderttausend solcher Computer gab, auf der Welt mehr nicht. So, in dieser Art von Kontrolle. Es ist auch wichtig, immer wieder zu realisieren, dass das, was wir heute als Building Information Models angucken, exakt diese Struktur hat und anderes nicht. Und dieses ist, wie man das jetzt hier an den Computern sieht, wie man das an den Bildschirmen sieht. Ich bin da geboren, also bin von 1960 geboren. Das ist nicht wirklich alt, aber in der Informationstechnik ist das Steinzeit. Es ist vollkommen absurd, sich Dinge in dieser Art noch anzugucken. Deswegen ist das für jemanden wie mich, der jetzt damit aufgewachsen ist und dann die verschiedenen Phasen mitgemacht hat. Und das, was jetzt als Hype in Building Information Models passiert, ist eine Form von, wenn wir lachen, das wäre eine perfekte Komik eigentlich. Dass in dem Moment, wo es wirklich ernst wird, jetzt mit dem Internet und dem XML, was ich Ihnen zeigen möchte, wo man eigentlich wirklich von Form und Struktur frei ist und trotzdem modellieren kann, sich auf die rudimenteste, auf die stringenteste und engste Art und Weise stranguliert in Schemen, die technisch vollkommen absurd sind. So, hier sind Form und Struktur weitgehend festgelegt. Und die nächste Phase sind die PCs. Und das sind normale, also diese prozeduralen Programmiersprachen, wie Fortran, so wie man das kennt, Pascal, C und so weiter. PC ist die nächste Ebene, die mit dem Mainframe nichts zu tun hat. Und das Coole an PCs, das sind Objekte und objektorientierte Programmiersprachen, die in den 80er Jahren aufgekommen sind. Und da geht es darum, dass die Struktur nicht definiert ist. Und das äußert sich darin, dass sie verschiedene Fenster haben und verschiedene Grafiken und dass der Computer immer wartet, was macht denn der Nutzer als nächstes. Und das wirklich nicht wahr ist. In den Formularen von der Steuererklärung, in den Mainframes, da ist immer vollkommen klar, was sie als nächstes machen müssen. Und wenn sie das nicht schaffen, in diesen Abläufen hier. Und wenn sie das nicht machen, sagt er Fehler nochmal, Fehler nochmal, Fehler nochmal. Und hier haben sie eine Auswahl von dem, was sie machen. Das heißt, der Computer versucht den Nutzer zu verstehen. Und der Computer weiß nicht, was passiert als nächstes. Und das äußert sich, dass der Computer ein Sensorium hat in die Welt. Und das äußert sich in den vielen Menüs und Fenstern und so weiter. Strukturell ist das so, dass sie auf dem PC, anders als in den Mainframes, nicht mehr alles unter Kontrolle haben. Das heißt, das, was definiert ist in den Standards dieser objektorientierten Sprachen, ist nicht die Maschinerie selber, sondern die Übergabestellen. Also die Adressen, die Interfaces, die sind definiert. Deswegen können sie einen Monitor von Sony an einen Rechner von AMD und an eine Maus von Logitech und mit dem Betriebssystem von Windows und so weiter kombinieren und einfach zusammenstecken. Weil es nicht definiert ist, was eine Maus ist, sondern nur definiert ist, was eine Maus für Daten schicken muss, wenn man sie über USB reinsteckt oder RS-232 oder was immer. Es sind nur die Interfaces bestimmt. Nicht mehr der, wie diese Abläufe intern funktionieren, sondern nur, was man übergeben will an den nächsten Apparat. Das ist also jetzt das Zusammenspiel von Computern zu einer größeren Maschinerie. Das ist der PC. So, da ist jetzt die Struktur und die Fabrikationsanlage nicht mehr vordefiniert. Und jetzt bei den Sprachen, bei den XML, bei den Sprachen, ist Form und Struktur frei. Und was sie jetzt hier haben, in den, zum Beispiel so sehen die Programmierumgebungen aus, um ein Mobiltelefon zu programmieren. Und da sehen sie, dass das im Prinzip Comics sind. Sie machen Storyboards für Erzählungen. Und sie führen den Nutzer wieder durch die Umgebung, durch eine Erlebniswelt. So, was auf der einen Seite wieder sehr nah hier dran ist, nur dass das jetzt nicht einzelne kleine Maschinen sind, sondern dass das immer Nutzererlebnisse sind, die auf die Reihe gesetzt werden. Und um das zu machen, muss man Form und Struktur freisetzen. Und eine Markup Language transportiert immer eine bestimmte, also was das bedeutet, welche Struktur das hat. Und sie sagt, welche Form das in der Struktur hat. Immer Form, erstmal Struktur, Regeln für die Struktur, was ist gemein. Und dann sagt sie, welche Form das hat, wie das artikuliert ist. Also immer sagt immer, welche Sprache und dann welcher Satz, welcher Ausdruck darin. Mit dem Effekt, dass immer diese persönlichen Erlebnisse halt produziert werden. Und es gibt keinen, das spricht sich, das konkurrenziert. Also der Pfad hier, der konkurrenziert im Ergebnis mit dem. Und diese Applikation konkurrenziert mit einer anderen. Und es gibt kein weiteres Verständnis dafür, außer dass man quasi konkurrenziert, für den Nutzer diesen Weg, meinen Weg zu gehen, um bestimmte ökonomische Prozesse und so weiter anzustoßen. So läuft das auf dem Internet und dem Mobiltelefon. So mit dem Effekt, dass man als Nutzer auf der einen Seite jetzt geführt werden kann, auf der anderen Seite, oder jetzt anfangen kann, zu fragen. Es gibt keine Antworten mehr. Es gibt immer nur noch Werbung für bestimmte Dinge, Marketing für bestimmte Dinge. Und das kann man fragen und dann kommen auch Dinge raus. Aber wenn man nicht fragen kann, läuft man blind. Weil es gibt keine Referenz mehr. Anders als in diesen Systemen, die dann absolut präzise ein Ziel verfolgen und dann ist das vorher klar, was passiert und das ist alles definiert. Oder hier, dass die Struktur durchdefiniert ist. Hier ist alles offen. Und die wissen nicht, wo sie landen und sollen auch nicht wissen, wo sie landen. So, und das sind die Umgebungen, wie wir arbeiten da drin. Das sind Knöpfe, die nicht mehr Funktionen repräsentieren, wo sie bestimmten Abläufen folgen und dann wählen können. Das sind Dinge, die sagen, klick mich. Das sind Versprechungen. Und sie finden auch keine Antworten. Da gibt es keine Wahrheiten mehr dahinter. Es gibt Versprechungen. Und wenn sie bei diesen vielen Versprechungen keine Frage haben, kommt nichts raus. Und so ist das integriert in unser Leben. Und ich glaube jetzt, dass wir, also erstens ist es ja unglaublich, also so eine exponentielle, es gibt eine, es werden im Moment jetzt zwei, drei Milliarden Elemente, also Mobilgeräte pro Jahr produziert. Und die sind alle vernetzt, alle auf diese Art und Weise, reden die miteinander. Und das Ganze in allen Sprachen, in allen Funktionen kreuzen. So, das geht nicht, wenn man auf irgendeine Art und Weise Funktionen vorgibt, irgendwelche Formen, irgendwie irgendeine Instanz erklärt, was damit zu tun ist und so weiter. Und so weiter. Trotzdem können wir alle zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich das, was wir wollen als Architekten. Wir wollen keine Baukastensysteme haben, die so sind. Wir wollen auch keine präzisen Formen haben, die dann auch sehr dominant erklären, wie man sich bewegen soll und so weiter. Wir wollen keine durchgängigen Formen haben. Wir wollen keine durchgängigen Strukturen haben, wir wollen keine durchgängigen Formen haben. Wir wollen gerne uns frei bewegen können. Wie wir das in den postmodernen Architekturen, das gehört zur Postmodernen hier, in den postmodernen Strukturen kennen. Wir wollen nicht einfach gegängelt werden mit, du musst jetzt hier, du sollst jetzt da und so weiter. Wir wollen uns frei bewegen in dieser Art. Und wir können das, wir können Strukturen bauen und wir können diese Dinge synchronisieren, koordinieren, wir können sie stabil halten, ohne dass Regeln oder Formen oder Strukturen und so weiter vordefiniert sind. Deswegen sind so Sprüche wie Form follows Function eine altertümliche historische Setup. Der Kern für diese ganzen Sachen ist das XML. Und das zeige ich Ihnen jetzt, wie diese Dinge aussehen. So, gehen wir zurück. Es gibt, Sie können das da genauer lesen, da habe ich das präzise zusammengefasst. Ich habe neue Tutorials jetzt gemacht. Das eine ist für die letzte Lecture, was wir bisher hatten, den Code, den wir lange durchdiskutiert haben. Hier habe ich Ihnen zusammengestellt alle Funktionen, die wir bisher hatten. Die Funktionen sehen immer so aus. Sie haben hier die Dokumentation. Sie haben hier den eigentlichen Code. So, der Code sind immer einzelne Schritte, die kreiselförmige Bewegungen sind. Und diese Schritte hier werden wieder zusammengekreiselt und bezeichnet mit diesem Symbol. MTP, Book, Meta, Write. Wir haben einen Parameter. Der Parameter wird hier reingegeben. Dann drehen Sie das wieder. Dann gucken Sie das Ergebnis. Drehen das hier. Drehen das hier. Um das und so weiter. Und dann kommt irgendetwas raus. So sind die Funktionen aufgebaut. Wenn ich das Grau hinterlegt habe, ist das immer der Code, der bei der Initialisierung ausgeführt wird. Und damit sind dann diese Funktionen bekannt. So, was wir jetzt hier haben ist, ich habe einfach alles zusammengestellt, was wir bisher diskutiert haben. Jetzt gibt es hier, indem Sie einfach Fragezeichen, die Funktionen gehen alle, mit MTP, Book fangen die an. Wenn Sie sagen MTP, Book, dann der Joker und dann fragen, was es ist, kriegen Sie all die ganzen Dokumentationen. Sie können dann jetzt hier hergehen und dann sehen Sie, das ist, dann sehen Sie hier die Dokumentationen, wofür das gut ist und wie man es benutzt. So, hier ist jetzt, wie Sie frisch in der Version 3.0, so wie wir anfangen wollen, einmal die Bibliothek aufsetzen. Sie setzen hier eine neue, Sie sagen okay, alles sollen wir evaluieren. Und jetzt hier bei dem Desktop machen wir zum Beispiel eine neue Library, lib03, grade, dann wird das hier erzeugt. So, das ist der erste Schritt. Hier habe ich Metadaten, die Karteikarten, die Sie auch erstellen können, habe ich Ihnen welche zusammengestellt. Das sind die Daten ausführen. Und hier sind jetzt all die Kreiselbewegungen, die nötig sind, um diese Bibliothek in einen Zustand zu bringen, dass wir konsistent damit arbeiten können. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Bibliothek jemandem, Ihrer Freunde geben wollen, brauchen Sie nur diesen Code hier per Mail schicken und dann ist der Rest automatisch hier mit den Maschinen, die ich Ihnen zusammenstelle. Und so geht das jetzt. Jetzt holt er sich im Internet die Sachen zusammen, kuratiert den Text und macht die Dinge so, dass es konsistent ist für die ganze Bibliothek. Und wir sehen jetzt, dass das hier irgendwie anfängt. Da sind jetzt schon die Texte drin. Mit der Daten kann man angucken. Hier sind schon die 100 wichtigsten Worte von dem Text drin. Und das macht die Maschine jetzt alles im Hintergrund. Diese Symbole hier, die immer solche Mechanismen sind, die wir ja oft eine halbe Stunde, eine Stunde diskutiert haben, kreiseln das einfach ein, geben dem einen Namen und dann ist es da. Es ist fertig. Da brauchen wir nicht weiter darüber nachdenken. Das sind immer das, was man normalerweise als Menüpunkte in den Softwaren hat. So, jetzt sind wir fertig und haben die Bibliothek aufgebaut. Wenn Sie ein neues Buch da reinsetzen wollen, brauchen Sie nur hier das Mittagdatum rein, die Karteikarte formulieren und führen das hier aus und ist das neue Buch in der Bibliothek. Dann brauchen Sie nicht all die ganzen Schritte von den vorhergehenden Vorlesungen immer wieder neu aufrufen und zusammensuchen. So geht das im Übrigen auch, dass Sie, wenn Sie Arbeitsschritte interessant finden oder sich das dann selber zusammenstellen, dann machen Sie das auf die gleiche Art und Weise. Copy-Paste, bringen das in eine Zelle und dann führt sich das genauso mit einer Evolution aus. Dann können Sie dem einen Namen geben und dann ist es nur noch ein Klick. Dann können Sie machen, was Sie wollen. So läuft das ganze Programmieren immer. Dass Sie im Detail die Dinge enorm präzise ausstifteln müssen. Dann gibt es Schritte, Abfolgen und so weiter. Dann geben Sie dem einen Namen und das Ding rotiert und macht das dann für Ihre ganze Bibliothek, für tausende von Tüchern und ist nicht faul an der Stelle. Das heißt, die Arbeit läuft immer darauf raus, dass Sie sehr präzise im Detail arbeiten, an den ganz kleinen Einzelheiten. Sie hängen immer an den Fehlern, weil wenn das funktioniert, ist es ja immer sofort getan. Das heißt, Sie sind nicht damit beschäftigt, Sie können nichts produzieren, weil das ist immer mit dem Computer. Das Produzieren geht immer eine tausendste Sekunde, dann ist immer alles fertig. Und Sie sind immer Stunden und Tage und Wochen damit beschäftigt, Fehler zu suchen. Sie sind immer mit den Fehlern beschäftigt, nie mit den fertigen Sachen. Das ist ja immer in einer Sekunde fertig. Und wenn Sie das so sorgfältig dann aufgebaut haben, dann können Sie das expandieren auf fast unendlich viele Einheiten. Also mit diesem Code jetzt, der sorgfältig aufgebaut ist, können Sie ohne Schwierigkeiten einfach auf Ihrem Computer 100.000 Bücher sortieren und bearbeiten. Weil Sie es im Detail so genau gemacht haben. Das ist eine andere Arbeitsweise, wie Sie sie kennen von diesen händischen Arbeiten oder von der Produktion in der Fabrik usw. Wo Sie immer produzieren und dann am Ende vom Tag ein Erfolgserlebnis haben. Hier ist das etwas schwieriger. Sie haben nur Erfolgserlebnisse, weil Sie weniger Fehler machen. Nicht, weil Sie produzieren. Die Produktion ist immer bei den Maschinen. Gut. Das ist die Zusammenfassung. Jetzt gehen wir an die Formatierung. So und dann können wir das XML schauen, was eine Markup Language ist und wie man von Form und Struktur abstrahiert. So. Wieder einfach eine eigene Zusammenstellung. Machen wir das hier mit 100. Etwas größer, als Sie es besser lesen können. So. Das sind jetzt immer die, wir können fragen, ob die Library richtig ist. Jetzt sagen wir MTP Library und fragen, das ist unsere Library 3. Da sitzen wir auf diesen Büchern, die wir gerade erzeugt haben. Jetzt fragen wir nach allen Namen. Wir können ein Menü machen, mit dem wir die Namen selektieren. Jetzt sind wir bei Thomas Hobbs, dem Leviathan. Wir haben hier MTP Book selected. Das ist das selektierte Buch. Und diese Mechanismen müssen funktionieren. Hume, David Hume. Wenn wir das jetzt hier dynamisch machen, dann kommt das, dann kommt das auch. Dann gibt es diesen Kurzschluss zwischen dem Menü und dieser Funktion, die daran gekoppelt ist. Sobald sich das hier ändert, MTP Book selected sich ändert, wird diese Funktion auch wieder ausgeführt. So, wenn ich das jetzt hier wähle. Und das funktioniert alles sauber. Und Sie sehen auch, dass das hier synchronisiert ist. Diese Menüs. Gut. So, dann konnten wir an den Text kommen. Und den wollen wir jetzt formatieren mit String Take. Wir kommen immer hier in die Dokumentationen von Mathematica. String Take. Text. Und dann sagen wir von 1000 bis 2000. Und dann kriegen wir hier Text. Okay, nicht Text, sondern das war Quatsch. Wir müssen hier das MTP. Okay, hier sind wir jetzt. Mit unserem Text. Wenn Sie das hier dynamisch machen. Aber das lassen wir. Dann ändert sich der Text mit der Auswahl hier. So, jetzt haben wir da einen Text. Gehen wir auf Hobs. Okay. Gucken. So. So. So können wir anfangen. Jetzt haben wir hier eine Textzelle. Das sehen wir hier. Das sehen wir hier. Text. So, wir können jetzt hier diese Textzelle wie in einem Texteditor, das haben wir ja am Anfang erklärt, formatieren. Wir können sie fett machen. Wir können die Größe von der Zelle verändern. 18. So. Das was wir haben ist hier, das ist der Code. Wir gehen hier auf Cell, Show Expression. Hier haben Sie den Code. Gehen Sie zurück. So, was Sie, was jetzt, was Sie hier immer sehen, ist ein Rendering von dem Code, sodass man lesen kann in einer bestimmten Pragmatik. Der hinterliegende Code ist das hier. So, das ist, den können Sie kopieren. Gehen wir zurück ins Rendering. Das machen Sie immer, indem Sie hier auf die Zelle gehen. Zelle, hier Show Expression und Height Expression. Jetzt hatten wir es kopiert. Jetzt haben wir hier eine Zelle. Die Zelle fängt hier an. So können Sie das analysieren. Sie können auch hier die Dokumentationen finden. Die fängt hier an und hört hier auf. Das, was Sie hier hinten haben, ist, dass hier ein Protokoll ist, wann es erzeugt worden ist und wann sie geändert worden ist, die Zelle. Das können Sie, das gehört zur Maschine, das brauchen wir jetzt nicht. Das können Sie weglassen. Das macht sie dann automatisch wieder. Und es gibt hier eine eindeutige Nummer, damit man Zellen nicht vertauscht. Auch die wird automatisch vom System verwaltet und da kommt man hin. Das ist eigentlich unser Code, der uns jetzt interessiert. Und Sie sehen, dass es zwei Elemente hat. Sie haben hier das erste Element. Das ist Text Data. Das geht von hier bis hier. Das ist die Form. Und das hier sagt, es soll als Text angezeigt werden. Und nicht als Grafik oder irgendwas. Es wird als Text angezeigt und das ist die Struktur. So, wir sagen jetzt, was immer hier steht, soll als Text angezeigt werden. Soll die Struktur eines Textes haben. Eines lesbaren Textes. So, und mehr haben diese Zellen nicht. Und das ist das, was konstituierend ist für das Internet. Sie sagen immer, welche Form, welche Struktur. Mehr muss man gar nicht tun. Und beides ist variabel. Können Sie bestimmen, wie Sie wollen. Das heißt, wenn Sie die Struktur nicht kennen, können Sie mit der Form wenig anfangen. Wenn Sie die Struktur kennen und keine Form haben, haben Sie auch nichts. Das heißt, Sie müssen sich immer erstmal etwas von der Struktur verstehen. Sie brauchen nicht alles von der Struktur verstehen. Etwas von der Struktur verstehen. Und dann kommen Sie über die Form zu bestimmten Inhalten. Das heißt, Sie müssen Fragen stellen lernen, um aus dem etwas zu machen. Sie müssen es kontextualisieren und so weiter. Und mehr ist es nicht, was man braucht. Sie liefern das Formular und das, wie das Formular ausgefüllt ist. Das ist alles. Wir können nachher bei HTML das Gleiche so beobachten. Was ein Dialekt von, ein spezifischer Dialekt von XML ist. HTML sagt einfach nur, es sind im XML eine Reihe von Strukturen vordefiniert. In dieser allgemeinen Form. Das sind jetzt Zellen. Sagen wir, Zell 01 ist das. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, hey, das hier auf 24 setzen. Wir können sagen, hello. Und wenn wir das jetzt als Zell machen und jetzt sagen, Zell print von Zell 01. Dann wird das gerendert. In der Form wird diese Form als Text gerendert. So, wenn ich jetzt hergehe und sage, Chapter. Das kennen Sie von diesen Style Sheets. In dem Fall, wenn man mit Texten arbeitet. Dann ist das eine andere Struktur. Wenn ich jetzt sage, Zell 01 ist das und ich das jetzt elluliere, kriegen Sie eine andere Lesart von dem Inhalt, von der Form. Machen wir das Text zurück. So, wenn Sie jetzt hergehen und sagen, das soll 12 sein. Und die Farbe soll nicht rot, sondern blau sein. Machen Sie das. So, genau. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, Funktionen gehen immer anfänglich groß. Und dann braucht man immer hier diese eckigen Klammern. Und dann haben wir eine Funktion. myCell. Dann müssen wir myCell. Und das dann wieder so. Dann haben wir Funktionen. Da haben wir jetzt nichts geändert. Das heißt, es sieht jetzt genauso aus. Jetzt kann ich aber zum Beispiel die Size, das hier als Variable nehmen. Ich setze die hier rein und sage, die soll übernommen werden. Das macht man mit dem Unterstrich. Dann hat man jetzt eine Variable. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage 36, dann wird das jetzt 36. Wenn ich jetzt sage 18, dann wird das 18. Jetzt kann ich zum Beispiel hier sagen, mein String und das hier als String nehmen. So. Und wenn ich jetzt hier sage, was ist das 18, dann gibt es das als Rendering. So. Ich kann auch die Struktur in die Variable setzen und dann sagen wir hier Struktur in die Variable. Und dann ist das hier die Struktur. Und wenn ich jetzt hier sage, der String, die Size und jetzt hier sage, folgt dann zum Beispiel Title, dann kriegt das eine andere Struktur. So ist das alles aufgebaut. Gut. Jetzt ist das hier immer etwas unübersichtlich. Und um das jetzt in dieser Art in ein gestreamladet, pragmatisches System reinzubringen, habe ich Ihnen hier eine Reihe von Funktionen zusammengestellt. Die fangen immer an, maschinelles Denken und Programmieren, Format. Und dann Text, maschinelles MTP, F Bold, F Italic. So. Jetzt können wir zum Beispiel hergehen und sagen, MTP F. Da sehen wir dann immer die Menüauswahl von allen Symbolen, die ich Ihnen dann anbiete. Und jetzt sagen wir zum Beispiel Bold von, oder wir können das auch fragen, was ist das? Dann macht man immer ein Fragezeichen davor. Dann steht da drin, wie das geht. Habe ich keine Dokumentation? Dann wird der Code gezeigt. So. Was ich jetzt hier sehe, ist, ich brauche eine Variable. So. Und dann sagen wir jetzt einfach hier Hey. So. Und was er jetzt macht, ist eine Stylebox Hey von Pride Bold. Das macht er exakt das, was wir hier haben. Da steht hier Hey und dann setzt er das auf Bold, um das in ein bestimmtes Format zu bringen. So. Er wrapt jetzt meinen Text, wie das hier auch ist. Das ist der Text. Und gibt dem verschiedene Attribute, Formatierungsattribute. So. Das haben wir jetzt hier einfach so gemacht. Damit es einfacher ist. Sagen wir einfach, das soll Bold sein. Jetzt können wir sagen, MTPF Italic von dem. Und das soll, ja von dem. Das müsste auch reichen. Und dann kommt jetzt Stylebox von Stylebox und so weiter Italic. Wir könnten das jetzt auch kürzer noch machen. Das sind immer, das sind jetzt Infix und das andere sind die Fullform. So. Das kommt jetzt aufs Gleiche. MTP Italic from Bold from Hey. So. Damit kann man das einfacher lesen. Um das jetzt, diese Formatierung jetzt in diese Zelle zu bringen, habe ich Ihnen diese Funktion gemacht. MTP F Text von dem. Und jetzt haben Sie den Text. Ah ne, den müssen wir hier. Und den braucht Struktur als Text. Dann gibt es jetzt Cell Text Data und so weiter. Exakt das, was hier oben aufgebaut ist. Was wir gesehen haben mit unserer Formatierung. Exakt das Gleiche jetzt erzeugen. Jetzt ist es relativ leicht zu lesen. Wir haben jetzt hier, wir haben einen Text. Der heißt Hey, der ist Bold und Italic und als Text. Übersetzt in die Mathematiker Form. Wenn wir jetzt Cell Print darauf machen, davon, dann steht da Hey in Bold und Italic. So. Wenn wir das jetzt machen auf unseren Text hier von Hobs. Dann brauchen wir nur das hier ersetzen und sagen, aber unser Text. Und dann ist der Hobs so dargestellt. Wenn wir den normal darstellen wollen, ohne das, geben wir hier jetzt den Text. Formatiert von Thomas Hobs. So. Das ist jetzt straightforward. Machen wir das jetzt für das Kapitel, für die Übersicht. Da sagen wir hier, und da sagen wir nicht Text, sondern MTP Book Selected. Das ist der Name von dem Buch. Und das soll jetzt nicht Text sein, sondern das soll ein Chapter sein. Dann kriegen wir eine Überschrift. Thomas Hobs. Und das. So ist das jetzt einfach. So. Sie sehen, die generische Struktur ist immer mit der Cell Form und Struktur. wie wir das gesehen hatten. Und jetzt habe ich Ihnen hier eine pragmatische Struktur zusammengestellt, die einfach sagt, dieser Text soll bold sein und dann macht man eine Reihe von Texten und dann sagt er, er soll ein Kapitel sein, das sollen Überschriften, damit man das schnell lesen und zusammenstellen kann. Weil mir das einfacher ist. Und dann kriegen Sie das Ding hier so gerendert. Das ist ein kleiner Übersetzer, sodass man es einfacher schreiben kann. Gut. Wenn wir das jetzt haben hier, gibt es jetzt, man kann neue Dokumente machen. Man kann Create Notebook machen. Haben wir das jetzt hier. Wir sagen jetzt hier, mein Notebook ist Create Notebook. Und jetzt kriegen Sie hier ein neues Notebook. Und jetzt können Sie sagen, statt dem hier, nehmen wir das einfach. Statt Cell Print, lassen wir das mal weg. Machen Sie eine Liste von, machen wir das hier zu einer Liste. Listen macht man immer mit den geschweiften Klammern. Jetzt haben wir hier eine Liste. Das macht diese Cells. Das ist der Code. Und statt da jetzt Cell Print auf den Code zu machen, da könnten wir jetzt Cell Print machen. Sagen wir jetzt einfach Notebook Write. Und zwar dieses Notebook, Notebook Untitled Nummer 6. Da schreiben wir jetzt an der Stelle, wo man das selektiert hat. Also an dieser Stelle schreiben wir jetzt diesen Code und wollen den gerendert haben. Cell Print. Und das jetzt machen, das ist der drin. Ja? So. Und jetzt können wir natürlich den ganzen Text da reinmachen und so weiter. So. Das ist die Spielerei. Famba. Gut. Lassen Sie mich hier, das habe ich genauer erklärt in dem Tutorial, eine Seite einfügen. Die Seite soll jetzt ein interessantes Objekt werden. Eine Seite möchte ich gerne, dass wir, weil das ja eine durchgängige Sache ist und weil wir das ja auf- und zuklappen wollen, möchte ich jetzt nicht wirklich umblättern, sondern ich möchte gerne eine Seite machen, dass das eine Gruppe ist von anderen Zellen. Und die kann man zuklappen und aufklappen. Und dann kommt die nächste Seite. Zuklappen, aufklappen. Dann möchte ich gerne, dass die Seite von außen wie ein Hyperlink angesprochen werden kann. So, dass man den Link nehmen kann, da drauf klickt und dann sieht man die Seite. Um das zu machen, das können Sie sich, wir laufen jetzt aus der Zeit raus, habe ich Ihnen hier, also das erste ist, ich kann Ihnen kurz zeigen, wie man, so, ich zeige Ihnen jetzt, wie das aussehen soll. So, da gehen Sie hier her und sagen, die Seite soll eins sein, zum Beispiel Seite eins und dann haben wir, wollen wir gerne, das ist die Seite eins von hops L. So, und das soll jetzt im Style kein Text sein und das haben wir alles nicht, sondern wir müssen jetzt hier ein, machen wir einen neuen Style. Edit Style Sheet. Edit Style Sheet. Wir müssten eigentlich das Ding hier auf das Style Sheet hier setzen. So, jetzt gehen wir hier und sagen Edit Style Sheet. Dann sind wir in unserem Style Sheet. Und jetzt machen wir einen neuen Style, MTP Page. So, mit dem Effekt, dass wir den jetzt hier so auswählen können. Wir können dem jetzt hier sagen, wenn wir da hier her gehen, Style, dann gibt es hier MTP Page. So, dann steht der da jetzt unkontrolliert rum. Jetzt können wir hier her gehen und sagen, da möchten wir gerne einen Ruler haben. Und dann gehen wir hier und sehen, dass sich das hier schön justieren lässt. Dann möchten wir ihn hier als Roboto Mono so setzen. Hier, dann soll der 18 sein, ein bisschen größer. Dann kann man hier wieder gucken, wie der Code aussieht. Dann sehen Sie, das ist etwas blöde mit dem Ruler hier, dass das nicht gerastert wird. Dann können Sie sagen 105 ist gut. Dann ist das präzise. Gehen zurück. Damit ist man zufrieden. Wir speichern das. MTP Style. 4. So. Und dieses hier wollen wir größer machen. Jetzt wird das nicht geerbt. Also 24. Und bold. So. Jetzt gehen Sie hier her und gucken sich den Code an und dann fangen wir an Variablen zu machen. Man kann bei den Zellen Tags machen. Das heißt, dann kann man die von außen ansprechen. Wie mit einer URL. Also über Internet oder von beliebig kreuz und quer sogar über Internet ansprechen. in die Dokumente. Das sind Zell Tags. So. Jetzt gehen wir hier her und sagen, add remove Zell Tags. Und dann sagen wir zum Beispiel, das soll Seite 1 von hops L sein. So kann man den Zell Tags hier sehen. Die kann man unsichtbar machen. So. Wenn ich das jetzt hier angucke, sieht man, dass, ich kann Ihnen das auch größer machen, dass der Code jetzt hier unten einen Attribut hat, Zell Tags. Und damit ist er ansprechbar. Damit kann man das finden auf Klick. So. All diese Dinge habe ich gemacht und dann Ihnen zusammengestellt in so einer Funktion, die hier dummerweise jetzt hier so aussieht. Wenn man das jetzt anwendet, haben Sie dieses Ergebnis. Machen wir mal die Seite weg. So. Ich mache wieder ein neues Notebook. Und ich sage jetzt hier MTP F Page. Und jetzt sagen wir von dem Book Selected. Und wir sagen jetzt Page 1. Vollkommen symmetrisch zu dem. Und wenn ich das jetzt ausführe, kriege ich jetzt hier ein Hops L. So. Ich lasse jetzt Speicher als in meiner Bibliothek. Hops L als Notebook. Dann ist das jetzt hier. Wir müssen das auch noch auf das Style Sheet setzen. 04. Dann kriegen wir unser Style Sheet. Dann ist das Ding hier jetzt ein Link auf dieses Ding. Wenn ich das jetzt weg mache. Save. Und ich gehe jetzt hier her. Kommt er mit der Seite. So. Was jetzt heißt. Wenn ich anfange hier jetzt zu arbeiten. Ich habe das jetzt in einer Funktion zusammengefasst. dass ich jetzt eine Funktion gemacht habe, die all diese Dinge genau so zusammengefasst hat. Das heißt, ich habe jetzt aus ihrer Bibliothek von Hops die Daten genommen. Es gibt jetzt hier ein Mathematiker Dokument parallel zu ihrem Meta und parallel zu ihrem Text. Und jetzt bin ich einfach, statt eine Seite zu nehmen, habe ich alle Seiten genommen. Ich habe es einfach zerteilt in Chunks auf 2000 Zeichen. Und jetzt habe ich hier Seite 1 von Hops. Ich habe Seite 2 von Hops. Seite 3 von Hops. Und so weiter. So. Wenn ich jetzt einen von diesen Dingern hier nehme. und einen anderen. Gerade nur die Links hier, die Überschriften, das Ding hier weg mache und da drauf klicke, kommt mir Seite 18. Wenn ich das jetzt hier mache, kommt Seite 144. Wenn Sie das von einem anderen Buch machen wollen, gehen Sie hier und holen Sie sich dieses Menü. Setzen das da drüber. Und sagen wir hier, Christopher Alexander ausführen. Hat er in diesem Moment das Buch übersetzt in dieser Form. Sie können jetzt hier wieder das Ding hier kopieren, hier zusammenstellen. und gehen nach Hops, gehen zu Christopher Alexander und haben das. Für die ganze Bibliothek. So, das was ich Ihnen zeigen wollte in der ersten Hälfte. Jetzt machen wir ein paar Minuten Pause. Und dann zeige ich Ihnen, dass es im Internet auf exakt die gleiche Art und Weise geht. Ja? Dankeschön. Dankeschön.